Tagesordnungspunkt 5, Wahlvorschlag der SPD nachwahl eines nachrückenden Mitglieds des Landesschuldenausschusses, Drucksache 20 7361. Fraktionen legen Listen vor. Mit Ablauf des 31 August hat der Kollege Warnecke auf sein Mandat verzichtet. Nachwahl ist erforderlich. Fraktion der SPD schlägt die Frau Abgeordnete Tanja Hart-Degen als nachrückendes Mitglied vor. Weitere Vorschläge gibt es nicht. Keiner widerspricht der Wahl durch Handzeichen. Kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür? Die SPD, die CDU, die Bündnis 90, die Grünen, die Linke, der Kollege Kahn, die FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Dann so beschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank.